Wollplatz Happy Day Tipp. Heute punchen wir. Wir haben nämlich einige Pakete für euch im Shop, die durch punchen richtig schön werden. Das coole am punchen ist, dass es unterschiedliche Stiche gibt. Es wird von vorne und von hinten gepuncht. Es entstehen tolle Reliefmuster. Ihr könnt aber auch ganz glatt punchen. Wie ihr seht, könnt ihr ganz unterschiedlich Formen und Motive machen. Alles ist möglich. Und wie geht das für alle, die es noch nicht wissen? Ihr braucht einen Stickring, in den ihr den Stoff einspannt. Es gibt einen dicken oder einen dünneren Stoff und eine dickere oder eine dünnere Punchnadel, abhängig vom Garn, das ihr verwendet. Damit stickt ihr dann sozusagen. So entstehen die unterschiedlichen Formen. Malt die Vorlage einfach auf den Stoff. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr euch ein Punch-Paket bei uns kauft, dann steht genau beschrieben, wie es funktioniert. Oder ihr bestellt einfach alle Materialien und denkt euch selbst etwas aus. Alles ist möglich mit Punchen, eine tolle Handarbeitstechnik und gar nicht schwer.